Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute schauen wir uns an, wie sehr die Sparkassen von den gestiegenen Zinsen profitieren und warum so wenig davon bei den Kunden ankommt. Außerdem sprechen wir über fünf Trends für 2024, die derzeit auf dem Tech-Festival South by Southwest heiß diskutiert werden. Wir haben Dienstag, den 12. März und ich bin Arnes Michijewicz. Die 353 deutschen Sparkassen haben im vergangenen Jahr 17 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Ein absoluter Rekordwert, bei dem selbst die Deutsche Bank und die Commerzbank neidisch werden dürften. Die öffentlich-rechtlichen Institute profitieren genauso wie die privaten Konkurrenten von den Zinserhöhungen der EZB. Experten kritisieren aber, dass davon zu wenig bei den Kunden ankommt. Ein Beispiel. Im vergangenen Sommer gab es bei den Sparkassen im Schnitt mickrige 0,3 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Das geht aus Daten von Tagesgeldvergleich.net hervor. Der Branchendurchschnitt lag damals bei 1,2 Prozent. Und auch aktuell liegen die Tages- und Festgeldzinsen der Sparkassen deutlich unter dem Marktdurchschnitt. Unsere Bankenkorrespondentin Elisabeth Atzler erklärt uns gleich nach dem Marktbericht, warum das so ist. Und im zweiten Teil der heutigen Folge sprechen wir über fünf große Trends, die dieses Jahr prägen könnten. Zumindest, wenn es nach den Tech-Pionieren geht, die sich gerade auf dem Festival South by Southwest im texanischen Austin tummeln. Ich sag nur KI am Körper, Langlebigkeit und Drogenlegalisierung. Alles natürlich Milliardenmärkte, versteht sich von selbst. Unser Reporter Felix Holtermann war vor Ort und berichtet von seinen Eindrücken. Doch vorher gibt es erst mal das Marktupdate. Dazu schalten wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Andrea Künnen. Hallo Andrea. Hallo Arnes. Ja, heute gab es ja ein Konjunktur-Highlight, auf das die Märkte länger gewartet haben, und zwar die US-Inflationszahlen. Wie sind die ausgefallen und wie haben die Börsen reagiert? Das war ganz spannend, weil es gab zwei Nachrichten. Also die schlechte Nachricht, die ist, dass die Inflationsrate in den USA im Februar überraschend ein bisschen weiter noch gestiegen ist. Im Vergleich zum Februar vergangenen Jahres, da haben sich die Verbraucherpreise jetzt um 3,2 Prozent erhöht. Volkswirte, die hatten damit gerechnet, dass die Inflationsrate bei 3,1 Prozent verharrt. Sie ist aber halt ein bisschen noch mal gestiegen. Ja, die gute Nachricht, die ist aber, dass das die Börsen nicht belastet. In den USA, da hat der S&P 500 im frühen Handel knapp ein Prozent zugelegt. Und hier in Deutschland bei uns, da ging der DAX zwar kurz in die Knie, stieg dann aber wieder. Und zwar waren das in der Spitze heute 0,7 Prozent, die gestiegen ist auf 17.864 Punkte ganz genau. Das heißt, das nächste Rekordhoch und die Marke von 18.000 Punkten, die bleiben in Sichtweite. Ja, das finde ich aber jetzt wirklich bemerkenswert. Wie ist denn diese positive Börsenreaktion zu erklären? Ja, wohl damit, dass die etwas höhere Inflationsrate jetzt nicht grundsätzlich an den Zinserwartungen ändert. Vor den Daten, da waren Investoren, man kann das ablesen an Zinsterminmärkten, da waren die Investoren mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent davon ausgegangen, dass die US-Notenbank den Leitzins im Juni senken wird. Und jetzt glauben daran nur noch 77 Prozent, also halt immer noch viele. Das heißt, diese Zinssenkungshoffnung, die bekamen nur einen leichten Dämpfer. Und das, obwohl die Inflationsrate immer noch deutlich über dem Ziel der US-Notenbank von zwei Prozent liegt. Ja, spannend wird deshalb jetzt, wie sich die FED bei ihren nächsten Zinssetzungen, die haben wir am Mittwoch in einer Woche äußert. Da wird sie mit Sicherheit nichts machen, aber es kommt auf die Aussagen an. Und bis dahin, da könnten die Börsen dann erst nochmal so ein bisschen seitwärts tendieren. Ja, ich finde auch spannend, dass zunehmend auch über diesen Zielwert von 2,0 Prozent bei der Inflationsrate diskutiert wird. Also es gibt ja jetzt auch immer mehr Ökonomen, die sagen, lasst uns diesen Wert mal ein bisschen raufsetzen, weil das sozusagen das neue Normal ist. Aber ich glaube, das wird eine Diskussion sein, die wir noch an anderer Stelle führen müssen. Lass uns jetzt mal zu den Einzelwerten kommen. Welche sind dir denn heute besonders aufgefallen? Ja, im DAX war das vor allem Porsche. Die Aktie des Sportwagenbauers, die hat sich mit einem Plus von fast fünf Prozent jetzt an die DAX-Spitze gesetzt. Das ist erstaunlich, weil die Zahlen, die Porsche vorgelegt hat, die waren jetzt nicht so überragend. Im vergangenen Jahr, da lag die operative Marge bei 18 Prozent. Und für das laufende Jahr, da hat Porsche-Chef Oliver Blume eine leichter runterliegende Marge avisiert. Allerdings hat die Porsche-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten unter dem Strich mehr als ein Viertel an Wert verloren. Und damit gehört sie zu den schlechtesten Werten im DAX. Das heißt, bei Porsche könnten jetzt vielleicht Schnäppchenjäger am Werk sein. Ja, und Porsche war ja nicht das einzige Unternehmen, das heute Zahlen vorgelegt hat. Gab es denn noch andere Unternehmen, die mit ihrer Bilanz zumindest bei den Anlegerinnen und Anlegern punkten konnten? Ja, die gab es. Und vor allem außerhalb Deutschlands. In den USA, da hat der Softwarekonzern Oracle gestern nach US-Börsenschluss sehr gute Zahlen vorgelegt. Vor allem im Cloud-Geschäft, also bei der Auslagerung von Speicherkapazitäten, da hat Oracle ordentlich gepunktet. Und die Aktie hat daraufhin heute schon bis zu elf Prozent zugelegt. Das wiederum hilft auch der Aktie von SAP, die immerhin gut ein Prozent steigt. Gut, da waren auch die Zahlen des italienischen Versicherers Generali. Der hat mit 6,9 Milliarden Euro einen operativen Rekordgewinn eingefahren. Die Aktie, die steigt in Mailand zwar in Anführungsstrichen nur um ein Prozent. Das ist aber beachtlich, weil die Aktie hat in diesem Jahr, ist sie schon ordentlich durchgestartet und hat mit 22 Prozent mehr als doppelt so viel geworden wie der italienische Leitindex. Ja, vielen Dank für diesen Überblick, Andrea. Ich danke. Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Und jetzt gibt's was zu gewinnen, dass ich diesen Satz mal hier im Podcast sagen würde. Aber es ist tatsächlich so, denn am Freitag feiern wir bei Handelsblatt Today ein kleines Jubiläum. Wir veröffentlichen nämlich unsere tausendste Podcast-Folge und da hätten wir Sie gerne dabei. Was heißt das konkret? Wir wollen wissen, wann, wo und wie hören Sie am liebsten Handelsblatt Today? Im Urlaub? Im Auto? Auf dem Weg zur Arbeit? Oder gibt's vielleicht was anderes, was Sie uns schon immer mal sagen wollten? Schicken Sie uns eine Text- oder am liebsten eine Sprachnachricht per WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Ja, und unter allen Teilnehmenden verlosen wir nicht nur zehn Handelsblatt Kaffeetassen, sondern auch ein Redaktionsbesuch bei uns. Na, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Die zehn Gewinner können nämlich die Podcast-Hosts persönlich kennenlernen und erfahren, wie wir so als Journalisten arbeiten. Sie können uns dann ihre Fragen persönlich stellen und uns dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf viele Einsendungen. Und jetzt sprechen wir über die Jahreszahlen der deutschen Sparkassen. Die haben 2023 prächtig verdient. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das liegt vor allem an den hohen Zinsen, die Banken aktuell bekommen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken. Doch bei den Kunden kommt nicht allzu viel davon an. Unsere Bankenkorrespondentin Elisabeth Atzler erklärt uns jetzt mal, warum das so ist. Hallo Elisabeth. Hallo. Ja, die Sparkassen haben im vergangenen Jahr mehr Gewinn gemacht als die Deutsche Bank und auch mehr Gewinn als die Commerzbank. Aber lassen sich die Gewinne von öffentlich-rechtlichen Geldhäusern wirklich mit denen von privaten Banken vergleichen? Also bis zu einem gewissen Grad geht das auf jeden Fall. Man kann die Ergebnisse nicht eins und eins nebeneinander legen, weil die Sparkassen nach einer anderen Rechnungslegung nach HGB bilanzieren und die großen Banken, die Commerzbank und die Deutsche Bank nach IFRS, so wird das genannt. Aber am Schluss, der Gewinn vor Steuern, den kann man sehr wohl vergleichen. Und da schneiden die Sparkassen tatsächlich einiges besser ab. Die haben vor Steuern 6,8 Milliarden Euro verdient. Einiges mehr als die Deutsche Bank und die Commerzbank. Die lagen bei 5,7 Milliarden und 3,4 Milliarden. Also alles enorme Summen, aber bei den Sparkassen besonders viel. Und bei den Sparkassen kommt noch dazu, dass der Gewinn, den sie versteuern müssen, dass der nochmal viel, viel höher lag. Nämlich bei 17 Milliarden. Ein absoluter Rekordgewinn. Von den 17 Milliarden haben die Sparkassen ungefähr 10 Milliarden beiseite gepackt. Das sind Vorsorgereserven, wenn die Zeiten schlechter werden, also wenn die Wirtschaft mal schlecht läuft oder dann auch die Abschreibungen für Kredite steigen. Ja und ein wesentlicher Grund für diese hohen Gewinne oder für diesen Rekordgewinn der Sparkassen ist ja wie bei vielen anderen Banken auch der kräftig gestiegene Einlagezins der Europäischen Zentralbank. Was ist das genau und warum profitieren die Sparkassen besonders davon? Die Sparkassen profitieren besonders, weil sie besonders viele Einlagen haben von privaten Kunden und auch von Geschäftskunden. Die Sparkassen sind in vielen Teilen des Bankenmarkts Marktführerin oder Marktführer und haben eben deshalb sehr, sehr hohe Einlagen. Und die Sparkassen haben im vergangenen Jahr ihren Kundinnen und Kunden sehr zögerlich selbst Zinsen gezahlt. Also es gab letztes Jahr im Schnitt ziemlich wenig Tagesgeldzinsen bei den Sparkassen. Viel weniger als der Marktdurchschnitt gezahlt hat, also viel weniger als Online-Banken oder große Privatbanken gezahlt haben. Das heißt, da mussten die Sparkassen ihren Kunden ziemlich wenig zahlen und zugleich hatten sie aber die Gelegenheit, das Geld zur EZB zu tragen, zumindest ein Teil davon. Und die EZB hat ihnen für kurzfristige Einlagen vier Prozent Zinsen gezahlt. Also da liegt der Einlagenzins jetzt und liegt auch schon seit einiger Zeit. Und auch die Zinsen am Markt, meinetwegen für eine zehnjährige Bundesanleihe, waren und sind deutlich höher als das, was Sparkassen ihren Kunden für Tagesgeld jetzt zahlen. Da klafft ein enormer Unterschied zwischen Sparkassen und Markt. Ja, und genau diesen Unterschied kritisieren ja auch einige Experten, nämlich, dass die Sparkassen zu wenig von diesen positiven Zinseffekten an ihre Kunden weitergeben, zum Beispiel in Form von höheren Tagesgeldzinsen. Ist die Kritik aus deiner Sicht berechtigt? Ja, ich finde die Kritik berechtigt. Ich finde schon erstaunlich, dass die Sparkassen so wenig Zinsen weitergeben. Das gilt übrigens auch für Festgeldzinsen, meinetwegen für ein Jahr. Da ist der Abstand nicht ganz so groß zurzeit. Aber auch da liegt das, was die Sparkassen bieten, unter dem Marktschnitt. Ja, und deutlich unter dem, was die attraktivsten Angebote in Deutschland sind. Da kann man sich schon fragen, ob die Sparkassen, die einem großen Teil, also die Bank für einen großen Teil der deutschen Sparer sind, ob die ihrem eigenen Anspruch gerecht werden. Als öffentlich-rechtliche Kreditinstitute wollen sie da sein für alle Sparer, ein Teil der Daseinsvorsorge sein. Und aus meiner Sicht kann man da schon argumentieren, dass die Zinsen etwas höher sein sollten. Zumal, wenn man eben sieht, dass die Sparkassen unterm Strich so viel verdient haben, stellt sich die Frage, ja, ob da nicht etwas mehr auch für die Kunden schon letztes Jahr drin gewesen wäre. Inzwischen sind die, vor allem die Festgeldzinsen, auch bei Sparkassen ein bisschen gestiegen. Und man sieht, da kommt jetzt was. Die Sparkassen müssen auch. Aber letztes Jahr waren sie wirklich sehr zögerlich und nicht besonders großzügig. Ja, und ich will an der Stelle trotzdem noch mal zumindest der Fairness halber erwähnt haben, dass es sich bei sehr vielen dieser sehr attraktiven Tagesgeld- und Festgeldangebote auch um sogenannte Lockvogelangebote handelt, die nach sechs Monaten auslaufen. Das heißt also, man bekommt zunächst vier Prozent Zinsen und dann nach ein paar Monaten vielleicht nur noch 0,75 Prozent Zinsen. Da hast du recht. Das gibt es, aber trotzdem ist der Schnitt auch für die Bestandskunden höher. Und gerade, wo du die 0,75 Prozent ansprichst, also die Sparkassen liegen im Schnitt noch drunter, hat beispielsweise Tagesgeldvergleich nett ausgerechnet. Ja, also es gibt nicht einmal das bei den Sparkassen. Was natürlich auch die Frage aufwerfen könnte, warum sinken denn eigentlich die Einlagen nicht? Haben die Leute keine Alternativen oder liegt das daran, dass das eher ältere Kundengruppen sind, die dann eher selten die Bank wechseln? Was kann man da für Gründe anführen? Man kann ganz grundsätzlich sagen, dass die Sparkassenkundinnen und Kunden etwas Träger sind als so ein klassischer Zinshopper, der oder die ganz schnell das Geld von der ING zur DKB zur nächsten direkte Online-Bank schiebt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Man muss auch sagen, dass wahrscheinlich relativ viele Kunden im Großen und Ganzen mit den Sparkassen zufrieden sind. Ja, also die Sparkassen haben heute nochmal gesagt, sie haben etwas mehr als 36 Millionen private Girokonten. Die Zahl ist auch leicht gestiegen. Also die Kunden sind im Großen und Ganzen zufrieden mit der Sparkasse und den Angeboten, die sie bekommen. Vielleicht kennt sich nicht jeder so gut mit Anlagen aus, dass er nicht auch überlegen könnte zu wechseln. Das muss man den Sparkassen auf jeden Fall zugutehalten, dass die Kunden nicht wegrennen und dass es sicherlich auch viele Kunden gibt, die Filialen schätzen und gerne noch in die Filiale gehen. Und das bekommt man eben nicht bei allen anderen Banken. Ja, lass uns nochmal zu einer anderen Zahl kommen, die ich auch sehr spannend fand. Im vergangenen Jahr haben die Sparkassen nämlich 28 Prozent weniger Kredite an Unternehmen und Selbstständige vergeben als noch im Jahr 2022. Wie besorgniserregend ist das mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands? Ich würde sagen, diese geringere Kreditvergabe ist eher ein Spiegelbild oder ein Zeichen dafür, wie schwierig die Lage in der deutschen Wirtschaft ist, dass die Sparkassen weniger Kredite vergeben haben. Das liegt ja daran, dass die Unternehmen weniger Kredite nachgefragt haben. Also eher ein Ausdruck dessen, dass die Unternehmen zurzeit weniger investieren und weniger Geld brauchen für Zukunftsinvestitionen. Vielen Dank für die Einordnung, Elisabeth. Gerne. Und Elisabeths Artikel zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. Ja, in der gestrigen Folge haben wir über den deutsch-französischen Wettkampf im Bereich der künstlichen Intelligenz gesprochen, der zwischen Aleph Alpha aus Heidelberg und Mistral aus Paris ausgetragen wird. Ja, und heute wandert unser Blick nach Texas, genauer gesagt nach Austin, wo gerade das Tech-Festival South by Southwest stattfindet. Unsere beiden US-Reporter Stefan Scheuer und Felix Holtermann waren vor Ort und haben fünf Trends identifiziert, die dieses Jahr prägen könnten. Felix ist uns jetzt direkt aus New York zugeschaltet und verrät uns, welche das sind. Hallo Felix. Hallo Anis. Ja, wenn man über Trends und Innovationen spricht, dann kommt man am jährlich erscheinenden Tech-Trends-Report der Zukunftsforscherin Amy Webb eigentlich nicht vorbei. Und sie hat ja ihre Prognosen zum Auftakt der South by Southwest am vergangenen Freitag auch vorgestellt. Und sie sagt, dass die Welt in einen, ich zitiere, technologischen Superzyklus eingetreten sei. Was meint sie damit? Ja, ich bin zurück in New York. Wir waren auf der South by, haben da viele Forscher und Gründer getroffen und eben auch Amy Webb, die Fotorologin. Und der technologische Superzyklus, der ist so ein ganz wichtiges Wort für sie, mit dem sie 2024 und darüber hinaus beschreiben möchte. Technologische Superzyklus heißt, dass künstliche Intelligenz, neuartige generative künstliche Intelligenz immer stärker mit anderen Lebensbereichen, mit anderen Geräten, mit anderen Techniken verschmilzt. Zum Beispiel die Biotechnologie oder auch vernetzte, tragbare Geräte. Das heißt zum Beispiel, dass künstliche Intelligenz in Zukunft in unser Smartphone wandert, aber auch in neue Geräte, vielleicht in intelligente Brillen, die unsere Wirklichkeit verändern, augmentieren. Vielleicht in andere Computergeräte oder auch Geräte, die wir direkt im Ohr tragen, zum Beispiel einen kleinen KI-Assistenten. Also, so sagt Amy Webb, dieser Superzyklus, der kann unsere Geschichte verändern. Und während wir vielleicht die letzten 20 Jahre aufs Smartphone, aufs Handy geschaut haben und die Dekaden davor auf den Laptop, auf dem PC, wird es in Zukunft so sein, dass die künstliche Intelligenz, die Technik zu uns kommt, uns umfängt und uns als Menschen verbessert. So zumindest die Hoffnung. Ja, die Technik rückt uns immer mehr auf die Pelle. Man könnte es auch Konvergenz nennen in Fachkreisen, aber darüber sprechen wir gleich auch noch. Ich will vorher erst noch einen Hinweis loswerden und zwar, komm den Dienstag wird Amy Webb auch bei der Europe 2024 in Berlin über ihre Tech-Prognosen sprechen und unsere Digitalchefin Charlotte Hauenhorst wird den Programmpunkt moderieren. Und das Beste an der ganzen Geschichte, die zweitägige Veranstaltung kann digital kostenlos gestreamt werden. Den Anmelde-Link finden Sie in den Shownotes. So, nachdem das jetzt geklärt ist, wollen wir mal auf ein paar konkrete Trends eingehen, die auf der South by Southwest diskutiert werden. Interessant finde ich zum Beispiel, dass einige Experten von den riesigen Potenzialen der Geothermie schwärmen, obwohl es sich hierbei um eine relativ alte Technologie handelt. Welche neuen Hoffnungen sind denn mit diesem Thema verbunden? Bisher ist die Geothermie ja nur in ganz bestimmten Bodenkonstellationen einsetzbar, längst nicht überall. Und geht es jetzt nach vielen Wissenschaftlern, die wir auch auf der South by getroffen haben, dann könnte sich das in Zukunft ändern. Es gibt neue Techniken, die ermöglichen, die Wärme aus bis zu tausenden Metern Tiefe sehr viel einfacher nach oben zu befordern. Das prognostiziert zum Beispiel die MIT Technology Review der amerikanischen Elite Uni MIT. Auch Zukunftsforscherin Amy Webb, die ist sehr positiv gestimmt, was die Zukunft der Geothermie angeht. Die setzt auf sogenannte superkritische Geothermie. Was ist das jetzt? Naja, das ist Geothermie, die an Orten mit vulkanischer Aktivität gewonnen wird. Das klingt erstmal gefährlich, aber das Spannende daran ist, die weist natürlich eine höhere Temperatur auf die Erdschicht dann und damit auch eine höhere Energiedichte als bei Orten mit konventioneller Geothermie-Nutzung. Jetzt könnte es sein, dass hier auch einzelne Unternehmen uns voranbringen. Zum Beispiel Sage Geosystems. Cindy Taff ist die Chefin, die schwärmt davon, dass die Chancen für den Durchbruch von Geothermie nie so gut gewesen sein könnten wie heute. Und der Nachsatz sei mir erlaubt, es gibt nicht nur Energie aus der Tiefe. Andere Forscher auf der South by Southwest, die hoffen zum Beispiel auf Solarkraftwerke im Weltraum. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Und das führt mich jetzt zu meinem nächsten Punkt, den du ja eben auch schon angeschnitten hattest. Das Thema künstliche Intelligenz. Das ist natürlich auch auf der South by Southwest allgegenwärtig. Und wir wissen ja selbst, dass Millionen von Menschen bereits weltweit Tools wie ChatGPT nutzen. Aber diese nächste Evolutionsstufe der künstlichen Intelligenz, die sieht ein bisschen anders aus. Wie können man sich das konkret vorstellen? Ja, das Interessante ist, dass künstliche Intelligenz geht es nach vielen Startups auf der South by Southwest und vielen Experten nicht mehr nur in unseren klassischen Laptops zum Einsatz kommt, in unseren Smartphones, in Industrieanwendungen und vieles mehr, sondern dass es auch neuartige Geräte geben wird in den kommenden Jahren, die künstliche Intelligenz sozusagen in unseren Alltag integrieren. Da gibt es etwa das Startup Humane. Das hat in Austin ein Gerät vorgestellt. Das kann man an die Kleidung klemmen. Das nimmt dann mit einer Kamera und einem Mikrofon die Umgebung auf und hilft im Alltag. Wer zum Beispiel den Kinofilm Hör gesehen hat vor einigen Jahren, da ist so ein ganz ähnliches Gerät eigentlich schon mal zumindest in der Vision vorgestellt worden, was man am Körper trägt und was einen den ganzen Tag begleitet. Es gibt andere Firmen, die intelligente Helfer einsetzen wollen, die kleiner sind als ein Smartphone. Bekannt ist die Firma Rabbit zum Beispiel. Die hatte ziemliches Aufsehen erregt im Silicon Valley, als sie das R1 vorgestellt hat. Das ist ein kleines Gerät, das einen als eine Art KI-Begleiter durch den Alltag helfen kann. Hat auch manche Funktionen eines Smartphones, aber nicht alle. Auch die Deutsche Telekom hat er Ende Februar einen Prototyp eines solchen Geräts präsentiert, T-Phone genannt. Ob diese KI-Helfer sich wirklich durchsetzen oder ob am Ende dann doch eher unsere Smartphones noch einige Jahre uns begleiten werden oder vielleicht abgelöst werden durch schlaue Brillen zum Beispiel, die unsere Wirklichkeit verbessern durch weitere Einblendungen. Das ist noch nicht ganz klar. Da wurde auch auf der South by stark drüber diskutiert. Spannend ist, das ist die Vision, dass die KI in Zukunft per Sprachbefehl Aufgaben für uns übernimmt, ohne dass wir zum Beispiel zusätzliche Apps installieren müssen. Geht es nach der Fotorologin Amy Webb, dann sind die neuen Geräte auch für die Entwickler von KI-Modellen hilfreich, denn die können Trainingsdaten für die KI-Modelle erschließen. Bisher sind sie ja darauf angewiesen, was wir im Internet eingeben. Zukünftig, so glaubt Amy Webb, können die KI-Geräte und damit eben auch die KI-Entwickler dann auf alle möglichen Daten aus unserer Wirklichkeit zugreifen. Zum Beispiel eben aus der kleinen Kamera, die wir am Körper tragen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20 Prozent Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich minus investieren. Ja, das war jetzt der Blick auf die neuen Hardware-Optionen. Und ich glaube, es ist ja jetzt schon absehbar, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dass wir künftig von einer regelrechten Flut von KI-generierten Bildern oder Videos umgeben sein werden. Und für Menschen wird es, glaube ich, auch immer schwerer zu unterscheiden, ob es sich bei den jeweiligen Inhalten um Fälschungen handelt. Gab es denn da bei der South by Southwest auch entsprechende Lösungsansätze für dieses Problem? Das Problem ist erstmal riesig groß. Du hast es gesagt. Wir haben hier in den USA eine Präsidentschaftswahl im November. Ja, 2024 wird das Superwahljahr an vielen Orten rund um den Globus wird gewählt. Und wir sehen schon heute, dass es immer mehr Fälschungsversuche auch mithilfe von KI gibt. Hier in den USA zum Beispiel ist es schon lange gäbe, dass einen Joe Biden anruft, beziehungsweise die Stimme von Joe Biden und ziemlich krude Sachen erzählt. Am Ende stellt sich raus, dass es gar nicht Joe Biden, das ist einfach eine Fake-KI-Stimme, die dazu sorgen soll, dass ich eben dann im Zweifel die andere Partei wähle. Andere Fälschungsversuche, zum Beispiel mit Bildern, mit Videos, die werden auch immer häufiger. OpenAI, der Macher hinter ChatGPT, hat vor kurzem SORA vorgestellt, dass es ein Video-KI-Programm, das kurze Videoschnipsel erstellen kann, die, ja es gibt noch Fehler, aber schon erstaunlich realistisch aussehen, vor allem auf den ersten Blick. Jetzt gibt es tatsächlich die ersten Startups, die sich zum Ziel gesetzt haben, solche Fälschungen zu entlarven. Zum Beispiel die Firma Reality Defender, deren Chef Ben Coleman, der war auf der South by Southwest dabei und der sagt, dass künstlich erstellte Videos schon bald nicht mehr von echten Filmaufnahmen zu unterscheiden sein sollen. Er hofft, dass er mit seiner Firma hier einen Algorithmus entwickelt hat, der genau das kann. Das ist praktisch einen Wettrüsten, sagt er. Also in Zukunft tritt die eine KI, nämlich die, die die Fälschungen entlarven soll, gegen die andere KI an, die die Bilder, Videos gefälscht bzw. erstellt hat, aber eben im Auftrag von Menschen mit vielleicht schlechten Absichten. Es gibt auch große Tech-Konzerne, die auf der South by vertreten waren, zum Beispiel IBM. IBM hat vor kurzem mit Meta, dem Facebook-Konzern, eine KI-Allianz gestartet und deren Ziel ist es, sich durch selbst auferlegte Regeln, selbst auferlegte Beschränkungen und vielleicht ethische Leitplanken die Entwicklung in die richtige Richtung zu lenken. Ja, ich glaube, wenn man sich Sora anguckt, dann kann man im Nachhinein definitiv verstehen, warum in Hollywood sowohl die Drehbuchautoren als auch die Schauspieler zwischenzeitlich gestreikt haben. Das ist schon eine sehr bedrohliche Entwicklung, was diesen Berufsstand angeht. Ja, kommen wir nun zu einem Trend, mit dem du dich schon intensiv im Rahmen eines Selbstversuchs beschäftigt hast. Und dabei geht es um die sogenannte Longevity-Forschung, also Langlebigkeitsforschung, über die in Austin auch bei zahlreichen Panels diskutiert wurde. Das war ja bisher vor allem so ein Spezialthema für Superreiche, kommt inzwischen aber zunehmend auch im Mainstream an. Warum ist das so? Das hat eine Reihe an Gründen. Zum einen ist gerade in den USA das Image des Gesundheitssystems auf einem historisch niedrigsten Niveau. Das US-Gesundheitssystem ist völlig überteuert und erzeugt Spitzenleistungen eben nur für Menschen mit einem tiefen, tiefen Geldbeutel sehr häufig. Insofern wenden sich immer mehr Amerikaner neuen Behandlungsansätzen zu oder neuen Möglichkeiten, selbst etwas für ein gesünderes, besseres, vielleicht eben auch längeres Leben zu tun. Und wir sehen eben auch, dass das Interesse der Superreichen von Menschen wie Jeff Bezos, OpenAI-Chef Sam Altman, Elon Musk und vielen anderen mehr für das Thema, dass das dazu führt, dass sich auch immer mehr normalos in Anführungsstrichen damit beschäftigen. Was ich jetzt spannend finde ist und was ich in Austin auf der South by gesehen habe, ist, dass wir tatsächlich neue Forschungsansätze haben, die uns vielleicht schneller in Richtung der Wunderpille, die uns dann vielleicht 10, 20 Jahre mehr Lebenszeit schenkt oder anderem führen könnte. Ein Beispiel ist die Forschung an lebensverlängernden Medikamenten für Hunden. Jetzt fragst du wahrscheinlich, was bringen uns langlebige Hunde? Naja, den Hundebesitzern, denen bringt das erstmal mehr Freude und mehr Jahre mit Bello, aber auch Menschen kann das was bringen, denn Hunde sind ein ganz spezielles Studienobjekt, habe ich auf der South by Southwest gelernt. Die Forschung am Menschen, die ist ja hochreguliert und die dauert extrem lange, bis man da zum Beispiel Ergebnisse sieht. Ob die Wunderpille wirklich etwas bringt, ob sie das Leben verlängert, das dauert letztendlich Jahrzehnte. Der andere Teil der Forschung an Labormäusen, der erkrankt daran, dass deren Lebensumstände eben sehr, sehr wenig mit der realen Welt zu tun haben. Labormäuse sind speziell gezüchtet, leben in einem ganz eigenen Universum, das mit der Welt da draußen sehr wenig zu tun hat. Bei Hunden ist das anders. Und Hunde, die leben eben nur sieben bis zu 15 Jahren. Das heißt, wenn man bei schon mittelalten Hunden mit Studien beginnt, dann kann man schon in wenigen Jahren tatsächlich Ergebnisse sehen oder eben auch sehen, dass vielleicht ein erhofftes Wundermittel nichts bringt. Ich habe mit Gründern gesprochen auf der South by Southwest, die genau daran arbeiten und die eben auch sagen, ein Vorteil ist, dass Menschen bereit sind, in Hunde viel zu investieren, weil sie sich als Familienmitglieder sehen. Das heißt aber auch, dass Forschung für Longevity-Medikamente bei Hunden dazu führen kann, mehr Umsatz zu generieren für die Forschung von Longevity-Langlebigkeitsmedikamenten bei Menschen. Hunde sind jetzt nur ein Ansatz. Es gibt auch noch viele, viele andere Forschungslinien, die man vielleicht in unserem großen Report im Handelsplan nachlesen kann. Aber tatsächlich auch bei der South by Southwest, die Suche nach dem Langen, nach dem besseren, nach dem gesünderen Leben, ist ein absolutes Trendthema der Zukunft. Ja, absolut. Und ich glaube, viele wollen auch nicht mehr die ganzen Studienergebnisse abwarten, sondern nehmen natürlich auch in Eigenregie experimentell bestimmte Substanzen, wie du ja auch im Rahmen deines Selbstversuchs festgestellt hast. Und ja, wie Felix versucht hat, der Tech-Elite nachzueifern und unsterblich zu werden, das kann man als Handelsblatt-Abonnent in diesem Selbstversuch nachlesen. Und den Link dazu packen wir ihn in die Shownotes. Das passende Abo dazu gibt es übrigens im Vorteilsangebot unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Ja, zum Schluss wollen wir noch auf einen Trend eingehen, den ich persönlich sehr kritisch sehe. Und das ist die Hoffnung von Biotech-Gründern auf die Liberalisierung bislang tabuisierter Drogen. Und wir sprechen jetzt hier längst nicht mehr nur von Cannabis, sondern MDMA und Halluzinogen-Pilzen. Das Thema nimmt auf der South by Southwest viel Raum ein. Kannst du uns erklären, warum das so ist? Tja, das hat viele Gründe. Ein ganz akuter Grund, der liegt gerade bei der US-Aufsichtsbehörde FDA. Die will nämlich bis zum August entscheiden im Rahmen eines Prioritätsverfahrens, das hat sie diesem Antrag eingeräumt, ob MDMA zur Therapie von posttraumatischem Stresssymptom legalisiert werden kann. PTSD, das betrifft ja zum Beispiel Feuerwehrleute, Soldaten, Rettungskräfte und da gibt es Forscher, die hoffen, dass man mit MDMA hier in der Therapie vorankommen kann. Die FDA, die will das bis zum August entscheiden und dann könnten wir tatsächlich nach der Cannabis-Legalisierung, Cannabis ist ja inzwischen schon in 24 US-Bundesstaaten zum Freizeitkonsum erlaubt, da brauche ich also gar nicht mehr zum Arzt gehen, um Hanf zu kaufen und zu konsumieren legal, jetzt eben auch MDMA zumindest in diesem therapeutischen Feld zu legalisieren. MDMA, das kennen wir vielleicht noch unter anderen Begriffen in den 80er Jahren bekannt geworden als Partydroge, Ecstasy zum Beispiel oder auch Molly genannt und geht es jetzt nach vielen Gründern und nach Forschern und aber auch nach findigen Investoren und Unternehmern, die ich auf der South by Southwest getroffen habe, dann ist das erst der Anfang. Cannabis-Legalisierung ist das eine, aber viele weitere Drogen sollen legalisiert werden. Jetzt muss man wissen, die US-Drogenpolitik ist spätestens seit den 1980er Jahren, seit Präsident Ronald Reagan besonders strikt, besonders kritisch gegenüber Drogen eingestellt. Machen wir eine Ausnahme natürlich bei Alkohol und bei Zigaretten, die auch in den USA weit verbreitet sind und das soll sich jetzt ändern. Die Hoffnung dahinter ist, wir warten es gerade schon davon, dass damit die Probleme im US-Gesundheitssystem in Teilen behoben werden können. Das US-Gesundheitssystem ist sehr schlecht darin, Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Heilung oder einer deutlichen Verbesserung ihrer Situation zuzuführen. Viele nehmen jahrelang ganz unterschiedliche Medikamentenkombinationen, ohne dass es ihnen wirklich besser geht. Es gibt jetzt einige Anwender, Forscher, Start-up-Gründer, die sagen, dass zum Beispiel MDMA-Trips oder die Einnahme von halluzinogenen Pilzen, das wäre also die in Anführungsstrichen natürlich gewonnene Alternative, ihnen geholfen habe oder anderen Menschen dabei geholfen kann, zum Beispiel Angstzustände zu beseitigen oder Essstörungen zu therapieren oder verschiedene andere psychische Erkrankungen wie eben posttraumatisches Stresssyndrom anzugehen. Die Branche, die hofft auf eine große Liberalisierung vielleicht noch vor der Präsidentschaftswahl oder erste Schritte dahin im Herbst, das ist vor allem bei den jungen Wählern von US-Präsident Joe Biden sehr populär. Du hast es jetzt schon gesagt, da gibt es viele, die sehen das extrem kritisch. Suchtexperten in den USA, die warnen jetzt schon davor, dass zum Beispiel die weitgehende Cannabis-Legalisierung dazu führt, dass insbesondere die Zahl von geistigen Erkrankungen und Psychosen bei Teenagern steigt. Laut einer jüngsten groß angelegten US-Studie haben Cannabis-Konsumenten, die mindestens eine psychotische Episode hatten, nach dem Konsum ein fast 50 Prozent höheres Risiko, eine Schizophrenie oder eine bipolare Störung zu entwickeln. Und auch bei halluzinogenen Pilzen gibt es das Problem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Beispiel eine vielleicht schon veranlagte Schizophrenieerkrankung dann zum Ausbruch führt durch so einen Pilztrip, dass die relativ hoch ist. Auch das Nationale Gesundheitsinstitut des NIH warnt, dass MDMA eine Reihe von akuten und potenziell lebensbedrohlichen Gesundheitsschäden verursachen kann. Die Anbieter, die sagen jetzt, naja, die Leute nehmen es eh schon im Ausland oder in den USA im Geheimen. Wir wollen das in eine sichere Bahn lenken. Wir wollen das beaufsichtigt machen, zum Beispiel im Rahmen von Pilztrips in speziellen Retreats. Bisher ist das was für reiche oder wohlhabende Menschen. Das nennt sich auch so schön Microdosing, ne? Microdosing ist genau nochmal ein bisschen was anderes. Das ist vor allem unter Gründern und im Silicon Valley ein großes Thema. Das können dann zum Beispiel kleine Einnahmen von MDMA sein. Also da geht es nicht darum, dass man die Nächte durchtanzt auf einer Party, sondern dass man das vielleicht… Da geht es um subtile Leistungssteigerungen. Genau. Dass man das zum Beispiel morgens nimmt. Ein Gründer nannte das mir gegenüber mal seine Fundraising-Droge. Also man nimmt das dann in besonders stressigen Situationen auf der Arbeit. Ob das langfristig dann die richtige Wahl ist, dazu, glaube ich, ist die Forschung mindestens zweigeteilt in ihrem Fazit. Diese Retreats, die können 5.800 bis 8.500 Dollar kosten, zum Beispiel beim Unternehmen Backly Retreats, das die anbieten will. Also das ist auch bisher was, was, glaube ich, sich vor allem auch an Wohlhabende richtet. Ja, die US-Biotech-Branche, die hofft auf diese Liberalisierung. Die hofft zum Beispiel, dass der Gesamtmarkt für psychedelische Drogen, der legale Markt bis 2025 auf rund 70 Milliarden Dollar anwächst. Und wenn es eine weitergehende Liberalisierung gibt, dann kann das noch deutlich mehr werden. Suchtexperten sind da sehr, sehr kritisch. Ja, ich treibe das mal zum Ende unseres Gesprächs auf die Spitze. Also mit MDMA vollgepumpt, mit so einem kleinen KI-Mann im Ohr wird man nach Hause gelotst und dann macht man das vielleicht auch 120 Jahre lang, weil man ja so lange lebt. Also das wäre so die schöne neue Welt, die man von der South by Southwest mitnehmen kann aus diesen ganzen Trenddiskussionen. Ob es soweit kommt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Felix, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank, Arnes. Und das war's auch schon wieder von uns. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter arnes.mitzijewicz. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europa-Konferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.